augenblick mal was erwarten sie eigentlich von ihrer brille dass sie ein edles design hat beste qualität bietet dass sie genau auf sie angepasst wird auf sie perfekt abgestimmte hochleistungsgläser hat und exakt und bequem sitzt vielleicht dass sie bei ihrer brille so vertrauensvoll und persönlich beraten werden wie von einem freund wir als augenblick team stellen uns gute beratung genau so vor und das seit über 20 jahren um ihnen die bestmögliche qualität zu bieten arbeiten wir mit den marktführern brillengläser von zeiss brillenfassungen von führenden markenherstellern wie von trendigen designern wundern sie sich nicht wir nehmen uns zeit für sie wir fragen sie nach ihren persönlichen empfindungen beruf hobbys denn das gehört zu unserer anamnese aus der wir ihr sehprofil erstellen erst danach bestimmen wir ihre sehstärke mit der genauigkeit einer hundertstel dioptrie auch unsere kinder brillen abteilung ist mit allem drum und dran ausgestattet beste qualität für ihr kind dazu eine spielecke mit eigenem tv kinderprogramm falls sich die großen mal wieder nicht von unseren tollen brillen lösen können wir sind relaxed vision center der firma zeiss das heißt wir arbeiten mit den neuesten hightech geräten um ihre brillengläser optimal für sie anfertigen zu können vom eye profiler dem elektronischen augen vermessungssystem bis hin zum zeiss video zentriergerät kommen sie doch einfach einmal rein und überzeugen sie sich selbst wie wir kundenservice verstehen und augenoptik leben augenblickoptik in wirges direkt im zentrum an der bahnhofstraße 16 rein Untertitelung des ZDF, 2020